Was haben der US-Aktienmarkt und der alte Volkswagen-Käfer gemeinsam? Er läuft und läuft und läuft und läuft. Na gut, das sollte uns nicht wirklich überraschen. Wir haben in den letzten Tagen immer wieder darüber gesprochen, dass der Aktienmarkt einfach in einem bullischen Bild ist. Egal was passiert, es scheint nach oben zu gehen. Und dementsprechend, es gibt auch nichts Negatives zu berichten. Zumindest meine ich aus den Charts. Was bedeutet das Ganze? Ich weiß, dass viele immer sagen, naja, aber wenn wir ehrlich sind, das sind doch die Nachrichten, die die Kurse bewegen. Naja, sagen wir mal so, die Nachrichten bewegen nicht die Kurse. Die Nachrichten bewegen die Marktteilnehmer, dann irgendetwas zu tun. Was denn? Naja, dann zum Beispiel zu kaufen oder zu kritisch zu reagieren, dann wieder zu verkaufen. Im Moment scheint es aber so zu sein, egal was passiert, es ist eine bullische Stimmung. Das überrascht uns nicht sehr. Wir haben seit Jahr und Tag, also das stimmt natürlich nicht, aber seit langem reden wir von den Übergeordneten, von den Untergeordneten und von den noch kleineren bullischen Bildern. Und das zeigt sich aktuell und zeigt immer wieder, naja gut, der Markt will nach oben. Wir haben es ja hier gesehen, eigentlich wäre ein Rücksetzer bis hierhin sehr typisch gewesen. Ich will die Marken gar nicht groß jetzt benennen mehr, rein optisch. Die Marktteilnehmer haben gesagt, nein, nein, lieber jetzt schon rein. Wenn wir drin sind, ist es umso besser. Also ihr seht, die Marktteilnehmer kennen da kein Halten mehr. Sie wollen einfach nach oben. An das kann man es aktuell nicht sehen. Es gibt im Moment keinen Grund für die andere Richtung. Ich weiß, dass es sicherlich auch berechtigt. Eine Menge Unkenrufer gibt aktuell, die sagen, ja, aber das ist doch alles eine Blase. Das ist doch nicht realistisch. Das mag völlig zu Recht sein, spielt aber für die Preisentwicklung keine Rolle. Es kann ja eine Blase sein. Solange die Leute kaufen, geht der Kurs nach oben. Und dementsprechend ist Long vorläufig die richtige Richtung. Und man sollte allerdings nicht zu gutgläubig sein, im Sinne von, das kann gar nicht fallen. Solche Sätze hört man dann auch wieder. Einfach nur kaufen, nicht nachdenken. Das ist wiederum kein guter Satz an der Börse. Nachdenken ist immer eine ganz gute Eigenschaft. Und dementsprechend sichert euch entsprechend ab. Wartet zum Beispiel auf irgendeinen Rücksetzer, gerne dreiwellig. Wir haben es ja hier im Großen beispielsweise. Dann wissen wir, okay, das ist ein klassisches oder im kleineren oder von mir aus auch im noch kleineren oder im noch kleineren. Hier war es jetzt blöderweise nicht zu sehen. Also da konnte man das dann gegebenenfalls noch erraten. Ansonsten, ich blende auch hier mal eins ein. Einige von euch kennen das da, diese Idee, den Handel eben entsprechend dieser Marken zu machen. Also insofern, ich hoffe, dass ihr das hier halbwegs ablesen könnt. Sonst setzt eure Nase ein bisschen drauf. Da könnt ihr sehen, okay, an der, oh, ich könnte es euch noch anders anzeigen. Dann könnt ihr es hier an der Seite, wird das dann nochmal eingeblendet. Dann könnt ihr das hier entsprechend gucken. Also da ist der Kurs aktuell. Das wäre nochmal eine Idee. Die ist jetzt nicht die beste, aber man sieht, das klappt durchaus immer wieder mal, dass wenn der Kurs eben diese Range verlässt und dann in Ausbruchrichtung ein gutes Stück läuft. Also ganz schlecht scheint die Idee nicht zu sein. Aktuell sind wir da schon relativ noch in der Nähe. Deshalb will ich den auch nicht mehr so sehr ins Vordergrund bringen, sondern ich gucke mal auf den ES. Der ist nämlich noch in der Nähe des Einstiegs. Da habt ihr vielleicht sogar noch die Möglichkeit reinzugehen. Eigentlich wäre das etwas, was ich euch auch gerne als Trade des Tages vorstelle. Problem ist, heute komme ich nicht dazu, das rechtzeitig noch zu schreiben. Ich glaube, Besserung. Dann gibt es da immer nochmal so einen extra Hinweis von mir. Aber ihr kriegt hier alle Werte, die ihr dafür braucht. Macht notfalls auf Pause und guckt es euch nochmal an. Und ich vermute ab nächste Woche dann, wenn ich wieder in Deutschland angekommen bin, dann werde ich häufiger dazu dann auch mit Prosa ein bisschen noch Erklärung dann eben machen, so dass ihr eine Idee habt, was das Ganze werden kann. So, also insofern ist das etwas, was ich im Moment interessant finde, auf der Oberseite. Der Markt überall klar auf der Oberseite im Moment engagiert. Es gibt also keine Gründe, hier auf die Short-Seite massiv zu zielen. Im Gegenteil, also insofern, die bullische Seite ist scheinbar die richtige und dementsprechend erstmal weiter auf der Long-Seite. Aber, und das ist mir ganz wichtig, ich rede ja hier das hohe Lied des Kaufens, arbeitet immer mit Stops. Ja, bitte, bitte seid da nicht so arrogant und sagt, nee, kann gar nicht fallen. Rechnet damit. Hier haben wir relativ enge Stops bei dieser Handelsidee. Ihr könnt natürlich andere Varianten fahren und entsprechend hinterherziehen. Nehmen wir mal an, ihr seid hier schon long. Nur mal ein Beispiel. Dann zieht ihr zum Beispiel im Supertrend hinterher. Das sind sehr, sehr einfache Methoden. Die sind nicht optimal. Das heißt nicht, dass der immer an der besten Stelle rausfliegt. Aber ihr seht, dass der in einer Trendsituation, und ich würde sagen, da müssen wir uns jetzt nicht drüber die Köpfe einschlagen, dass das ein Trend ist, den wir hier haben, sind die relativ gut begleitend. Ich bin kein großer Freund davon, die für einen Einstieg zu benutzen, weil nicht klar ist, dass wenn ein Trend zu Ende ist, ein neuer, starker Trend beginnt. Häufig kommt dann nämlich sogar eine Seitwärtsphase. Aber wenn wir einen Trend haben, aktuell haben wir einen, ist das ganz praktisch. Und dann habt ihr immer eine Idee, wo ihr den Stop hinterherziehen könnt. Das kann ein bisschen eine engere Variante sein. Eine weitere. Hier habe ich jetzt den 4-Stunden-Chart. Und dann gibt es noch den Parabolic. Das ist auch in 4 Stunden möglich. Ihr seht nur, der zieht gegen Ende ran. Das ist, wenn ihr auf ein Ziel zusteuert. Wenn ihr sagt, also da erwarte ich, dass er dreht, dann würde ich den Parabolic nehmen. Wenn ihr sagt, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie weit das läuft, dem will ich noch ganz viel Platz geben, dann bin ich mehr mit dem Supertrend, denn der zieht nicht ran. Ihr seht, dass der immer wieder waagrecht läuft. Und wenn der Pause macht, der Kurs macht der waagrecht und sagt, ja mach mal. Und wenn es weiter geht, ist gut. Wenn er umdreht, nimmt er einen dann raus. Während der Parabolic, wenn der waagrecht gilt, sagt er, dann mache ich hier eng. Das ist manchmal gut. Also insbesondere, wir verwenden den ganz gerne, wenn es Richtung Ziel geht. Hier haben wir jetzt keine fixen Ziele. Insofern wäre dann hier sicherlich der Supertrend eine vielleicht etwas sinnvollere Überlegung. Aber was soll man sagen? Eben aufwärts. Und ihr seht es hier auch nochmal im Nahkampfchart, 15 Minuten. Anstieg stark, Korrektiv runter, Anstieg stark, hier in dem Fall seitwärts. Mehr so von der Korrektur verhalten und die Fortsetzung. Also es ist halt nun mal ein sehr stark bullisches Bild. Anders kann man das hier nicht sagen. So, beim Nasdaq ist es natürlich relativ ähnlich. Da müssen wir uns jetzt nicht so Riesengedanken dazu machen. Da müssen wir die Welt nicht neu erfinden. Wir haben über Einstiege gesprochen. Möglichkeiten für einen Stopp nachziehen sind hier auch nochmal ein bisschen schadtechnischer Natur. Also hier geht das natürlich auch mit zum Beispiel Parabolik als die enge Variante. Supertrend als die Vorzugsweise, wenn wir nach oben offen halten wollen, Variante. Ihr könnt dann hier ungefähr ablesen, wo das ist. 15.835 jetzt bei meiner Einstellung. Die könnt ihr hier oben übrigens sehen. Die ist aber etwas untypisch für manche Chartprogramme. Viele lassen hier kein Fibonacci zu, sondern nur 2 oder 3. Dann nehmt ihr halt 3. Das macht jetzt nicht den Kohl fett. Das sind zwar etwas andere Punkte dann und die sind mal besser als meine, mal schlechter als meine. Das ist aber nicht wirklich der entscheidende Punkt an der ganzen Geschichte. Eine andere Variante, die ich ebenfalls attraktiv finde, ist, naja, wir sind doch hier jetzt tapfer unterwegs und solange wir ähnliche Rücksetzer, also das hier wieder bekommen, damit müssen wir ja eh immer rechnen, auch in der Aufwärtsrichtung, dann habe ich aber eine Orientierung, okay, der Stopp muss wohl unterhalb dieser grünen Marke liegen. Die grüne Marke symbolisiert diese Größe hier als Rücksetzer. Das heißt, konkret jetzt beim, also das könnt ihr einfach mit Zeigefinger Daumen, dann müsst ihr gar nicht so hoch wissenschaftlich machen, denn diesen exakten Wert jetzt hier, das ist bei 661, der ist gemessen hier auf den Nasdaq Future September Kontrakt. Denkt dran, dass viele abweichende Termine, Kurse haben, je nachdem. Jeder CFD-Anbieter hat einen anderen Kurs, den er dafür verwendet, oder wenn ihr einen, ja, Zertifikate handelt, auch die sind nicht zwangsweise immer auf den Future-Kurs gerechnet. Einige sind auf dem Future-Kurs, andere auf dem Index-Kurs unter Umständen und so weiter. Also rechne damit, dass es Abweichungen gibt, aber es geht mir nicht um diese exakte Marke, sondern ein bisschen unterhalb. Deshalb Zeigefinger Daumen drauf machen, dann wisst ihr ungefähr, wo das ist. Stopp ein bisschen tiefer, weil der muss nicht genauso groß sein. Der darf ein bisschen kleiner, darf auch ein bisschen größer sein, aber es ist wohl nicht davon auszugehen, dass diese Korrektur nachher stattdessen irgendwie so eine Korrekturgröße ist. Das ist eine andere Welt. Einer der spätesten Stops, die ich mir dafür vorstellen kann, für das bullische Bild, ist eigentlich dieser Rücksetzer 435. Das ist hier das vom 5. Juli. Ja, 16. Juni wäre auch nicht so doll, wenn er das jetzt noch unterschreitet. Also besser oberhalb bleiben. Das heißt, der Stopp wäre weiter weg als die andere Variante, die ich vorgeschlagen habe. Aber Böte entsprechend ebenso eine Möglichkeit da hinterher zu ziehen. Und wer den Einstieg verpasst hat, auf den Nächsten warten. Immer wieder starke Anstiege, wackelig runter, Fortsetzung, wackelig runter, Fortsetzung und so weiter. Wann immer er das macht, könnt ihr überlegen. Ich will euch nicht zu irgendwas verleiten. Ihr müsst das nur machen, wenn ihr das selber auch so seht. Aber das sind für mich eben Indizien, einmal geht noch. Also nochmal in die Fortsetzung hier reingehen. Ob es vernünftig ist, habe ich eben schon angedeutet. Das spielt für uns Händler eigentlich nicht die Rolle. Ich gehe davon aus, dass wir eine starke Übertreibung im Moment haben. Einigen Titeln auf jeden Fall. Aber solange der Kurs eben steigt, macht es keinen Sinn, auf die Short-Seite zu gehen. Das muss man einfach so sehen. Und im Moment gibt es keine Indizien, die für die Abwärtsseite sprechen. Das ist der DAX vierstundenmäßig. Ebenfalls starker Anstieg. Eigentlich würde ich dieses hier erwarten. Wer den Dow Jones von Anfang noch Erinnerungen hat, da hatte ich das auch erwartet. Und der Dow Jones hat gesagt, Herr Rüdiger, dann wart du, Mann. Da gehen wir gar nicht mehr hin. Trotz alledem ist das ein mögliches Szenario. Und zwar ein realistisches, ein typisches Szenario. Das ist im Prinzip, dieses Ding hier ist nichts anderes, als dieses Ding hier. Nur eine Nummer kleiner hier, als das, was wir hier vorne haben. Und das ist wiederum eine Nummer kleiner, als dieses Ding. Also das ist jetzt nicht irgendwie absurd, dass man davon ausgeht, da sowas passiert. Das ist ein sehr typisches Korrekturverhalten, das eine relativ hohe statistische Relevanz hat. Das heißt aber nicht, dass es immer kommt. Aber ich muss es mit einkalkulieren. Sprich, wenn ihr sagt, ich gehe jetzt long, gibt es zwei Varianten. Entweder ihr erlaubt diesen Rücksetzer, dann macht ein Stop eigentlich nur Sinn, irgendwo hier unten, 615 beim Index jetzt gerechnet, 15.612 meine ich, Entschuldigung, hier zu sehen. Der würde Sinn machen, der ist absolut in Ordnung. Alles da drüber macht nicht so viel Sinn, denn wir müssen ja mit diesem Rücksetzer rechnen. Und dann macht es keinen Sinn, dann hier ausgestoppt zu werden. Er geht dahin, wo wir es erwarten und dreht und ihr seid an tiefster Stelle ausgestoppt. Wenn ihr das nicht toll findet, den Stop da unten hinzusetzen, gibt es eigentlich nur die Variante, das will ich nicht überleben. Dann kann ich ja versuchen, hier wieder einzusteigen irgendwie, wenn er hochkommt. Das will ich nicht überleben. Entweder er läuft jetzt oder ich gehe raus. Dann braucht ihr einen engeren Stop. Jetzt können wir mal gucken, ob diese Standardeinstellung einigermaßen sinnvoll ist. Die finde ich jetzt hier nicht so gut. Warum nicht? Weil der ist nicht mehr so arg weit von der Kiste. Das heißt, wenn ich jetzt dann hier rausfliege, dann geht er da rein und dreht. Dann bin ich nur mäßig begeistert, ehrlich gesagt. Also insofern würde ich dann, wenn ich das eben nicht mehr will, tatsächlich erwägen, vielleicht den Stop tatsächlich hier hin zu machen und sagen, entweder geht er jetzt hoch, die Amis gehen doch auch hoch. Dax, jetzt krieg einfach deinen Hintern in die Höhe. Dann ist das in Ordnung. Dann habe ich genügend Abstand. Wenn er nämlich wirklich noch mal tiefer geht, dann versuche ich halt hier wieder einzusteigen und habe dann eine neue Chance, da mit dabei zu sein. Das ist nicht gesagt, dass das der beste Stop ist, den wo gibt, um es mal Neudeutsch auszudrücken, sondern das ist halt eine Lösung, die, sagen wir mal, entweder darauf zielt, ich erlaube diesen Rücksetzer noch oder ich will ihn eben nicht mehr haben. Wir sind im Bullenmarkt, dann will ich aber eigentlich keine Anstiege mehr, keine Rücksetzer mehr haben. Alles, was dazwischen ist, ist suboptimal, weil wir dann kurz vor den typischen Wendesszenarien dann eben rausfliegen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich diesen Anstieg, das, was wir hier sehen, finde ich den schon toll oder nicht? Und wenn wir uns den unter der Lupe, also 15-Minuten-Chart angucken, nee, den finde ich nicht gut. Ja, warum nicht? Weil dieser Rücksetzer niedriger ist als der. Damit sind wir in der Überschneidung und das finde ich für, ey, wir sind mega drauf, wir wollen unbedingt nur kaufen, eigentlich gar nicht so passend. Ich habe also den Verdacht, aber das ist nur ein Verdacht, dass dieses Szenario auf jeden Fall noch relevant ist. Das ist, aber damit ihr das nicht in den falschen Hals bekommt, keine Ankündigung, Leute, ich sage euch, dieses Szenario passiert. Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß, dass viele immer sagen, das musst du aber wissen, sonst bist du kein guter Händler. Nee, also ich bin kein guter Wahrsager, das hat mit dem Händlertum nichts zu tun. Ich kann euch das nicht sagen, ob das passiert. Was ich aber sagen kann, ist, dieses Szenario ist so typisch, dass es mir sehr schwer fällt, zu sagen, völlig absurd. Also muss ich es mit einkalkulieren und das mache ich entweder mit dem weiten Stop, damit ich den überlebe, oder eben mit dem engen Stop, damit ich dann sage, das interessiert mich nicht mehr, dann bin ich dann eben gedanklich raus. Das gesamtbullische Bild würde auch so ein Rücksetzer nicht kaputt machen. Also 15.600 würde alles oberhalb, macht das bullische Bild 0 kaputt. Ist immer noch völlig in Ordnung, dass es auch die Marke da drunter ist noch in Ordnung. Eigentlich fange ich erst an, schwitzige Hände zu bekommen, bei 15.100 in etwa. Das habe ich aber so häufig erklärt, die Marke, warum das der Fall ist, dass ich das an der Stelle jetzt nicht nochmal ausbreiten will. Also auch hier Bullish mit kurzen Intermezzo nochmal nach unten. Das fände ich gar nicht so schlecht. Das würden nochmal günstige Einstiegspreise bringen für unsere Long-Position, auch im DAX. Einige von euch wissen das, SAP zum Beispiel, was haben wir noch, Deutsche Bank beispielsweise. Wäre es jetzt natürlich schön, wenn er direkt weiter nach oben geht. Allerdings für den Index per se wäre das ein schönes, ein aufgeräumtes Korrekturniveau und dann anschließend, dass wir endlich weiterlaufen in Richtung 18.000. Ob wir die erreichen, das werden wir wohl heute Nachmittag nicht mehr entscheiden. Es ist realistisch, behalten wir aber für die Zukunft im Blick. In diesem Sinne euch erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.